Die Firma Brunner & Leiter wurde 2003 in Südtirol von Matthias Brunner und Bauleiter gegründet. Von den Anfangs zwei Personen mit einem Packer wurden im Laufe der Jahre um die 150 Personen. Mit Liebherr arbeitet die Firma Brunner & Leiter eigentlich seit Beginn an zusammen. Am Stubayer Gletscher wird die Beschneidungsanlage modernisiert und erweitert. Wir sind als Generalunternehmen beauftragt, einen Speicherteich mit 308.000 m³ Volumen zu errichten auf 2.600 Höhenmetern. Wir haben hier am Stubayer Gletscher 6TA 230 im Einsatz, die sämtliche Aushubmaterialien sowie Steine und Schotter transportieren. Durch das Teils steile und umwegsame Gelände hier überzeugt der TA 230 mit seiner extrem guten Steigfähigkeit und seinem Böschungswinkel. Die Bediener vom TA 230 bricht von einem guten Fahrkomfort und einer guten Übersicht aus der Fahrkabine. Außerdem können wir uns hier auf eine sehr gute Zusammenarbeit und einen gut organisierten Mietpark von Liebherr verlassen. Die bisherige Arbeit hat super geklappt und wir würden uns auch in Zukunft freuen, mit Liebherr zusammenzuarbeiten. Das wird bei der Luftgeäuern ges Temperatur unterliegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.